Jemand in letzter Zeit gestorben? Leider nein, aber ich setze da ganz auf Sie, Sir. Sind Sie fertig? Hau ab, ich hab Verstopfung! Magische Rezepte zu kochen kann viele Vorteile mit sich bringen. Und welche sollen das sein? Reichtum und Frauen. Alles klar, was muss ich tun? Selbstverteidigungskurs mit Mistgabeln gegen Katapulte. Bezahlung im Voraus erwünscht. Noch nüchtern Reisender? Da kann ich helfen. Was für Krankheiten werden hier denn behandelt? Die allerschlimmsten. Libra, Pest und Männerschnupfen. Was machen Sie hier? Ich bewache selbstverständlich die Brücke. Sie läuft schon nicht weg. Sehr komisch, Bürger. Wenn das Buch nur ein Eselsohr hat, muss ich Ihnen ein Körperteil abschneiden. Und was bringt Ihnen das? Die Weltherrschaft ist übrigens eines meiner kleineren Ziele. Ich bin nicht so, was ich jetzt hier. Schmerz' um die Welt der fella ist. Schmerz' um das Buch. Schmerz' um die Welt der alle Bühne.